Hey, willkommen zurück bei... Wie heißt das Spiel? Deceed! Deceed? Wir spielen jetzt nochmal die Map Asylum, scheinbar gibt's irgendwie nur zwei, es gibt den Wald und es gibt die... Das Asylum, also so eine Art Psychiatrie, keine Ahnung. Ey, guck mal, wir spielen schon wieder mit Zee, Rang 10, ich erinnere mich an den. Nun, haben wir wie davor auch vier Innocents und zwei Infected. Die Pre-Story dazu ist irgendwie gar nicht mal so schwer zu erklären, ne? Das ist eigentlich eine Forschungseinrichtung gewesen. Ja, Mutation, irgend so ein verrückter Hasenwissenschaftler, der eine Hasenmaske auf hat, hat an irgendwelchen Mutationen für Menschen gearbeitet, glaube ich. So viel steht in der Intro, also... Ja, die haben meistens Tiermasken auf, kennt man ja. Aus, zum Beispiel BioShock. Ja, okay. Die Slicer, oder wie heißen sie? Die haben die, glaube ich, auf. Oder jeder. Ist ja egal. So, ich muss mich jetzt gleich wieder muten, damit ich reden kann in Game und Leuten Hallo sagen kann. Muss ich irgendwas drücken? Ne. Trades, da müssen wir auch mal gucken, wie wir die aktiviert bekommen. Tier 1. Say Cheese. Fertig. Wann geht's denn los? Ach da, Spiel beginnt in 15 Sekunden. Oben 14 Sekunden. Okay, ich weiß nicht, gibt's irgendwie ne... Auf Tab gibt's leider kein Scoreboard oder so. Jetzt gleich geht das Gerede wieder los. Ich freue mich schon, ich freue mich schon, ich freue mich schon, ich freue mich schon. Und gemütet. Mikrofon mutiert. Moin. Was ist dieses Ort? Okay. Ich bin schade. Yes, okay. Kein Monster. Ich auch nicht. Wirklich? Ja, natürlich. Als ob ich lügen würde, ich bitte dich. Wirklich? Ich mag die Map draußen lieber. Natürlich lüge nie. Man kennt mich, selbst bei TTT weiß man, dass ich nie lüge. Ich lüge wirklich nie bei TTT, muss man sagen. Es ist immer in den Interpretationsspielraum, zwar in meinen Aussagen, aber ich lüge nicht. Okay, ich glaube, sie ist ein Monster. Bin mir nicht sicher. Ich bin in die Ecke geschossen, echt jetzt? Du kannst ja nicht jetzt schon sagen, wer Monster ist. Es ist noch nichts passiert. Ich bin aber auch der Meinung, der hat was aufgehoben, was er weggeworfen hat. Wie, was kann man wieder wegwerfen oder wie? Ja, klar, damit es die anderen nicht bekommen. Ja, aber erstmal ist ja klar, wenn ich was finde, nehme ich es erstmal für mich, weil ich mir selbst natürlich... Ja, aber er kann ja damit nichts anfangen. Er kann ja nichts anfangen mit einem Tracker. Warum? Wenn er Monster ist. Ja, weil er doch weiß, dass er Monster ist. Ja, aber du weißt ja nicht, ob er Monster ist. Also weißt du nicht, was er damit anfangen kann. Ja, aber ich glaube kaum, dass ein Monster ein Monster angreifen kann, oder? Nee, würde er auch nicht machen, aber... Man sieht ja, wer das andere Monster ist, ne? Nee, sieht man nicht. Doch. Ja, aber erst, wenn du... Ich glaube, wenn Blackout ist oder so. Hier ist ein Pentagramm auf dem Kopf. Der Volk voll der satanistische Ziegenopfer Rumscher ist hier. Oh, ich bin ganz lustig, Entschuldigung. Hast du das gehört, mein... Hat man das gehört, gerade? Alter Monster! Mati! Es hat mich... Ich verblute. Okay, ich habe keine Munition mehr. Scheiße, das hat nicht gemerkt, dass ich von hinten beschossen habe. Fünf Kugeln habe ich getroffen, Alter. Ich weiß nicht, wer das Monster ist. Ich weiß, wer es ist. Sie... Schon wieder. Ich verblute. Wiedersehen. Es war schon mit euch. Sie ist infected. Ja, jetzt stehst du da, wo meine Leiche lag. Wahrscheinlich hast du mich gesehen und nicht beachtet. Äh, ich habe dreimal, fünfmal auf das Ding geschossen, du Blödel. Hörst du mir doch zu? Nein, aber ich lag da tot neben dir am Verbluten. Ja, eben nicht. Der stand ja noch über dir. Was soll ich denn da machen? Der... Kann ja... Also, die Zeit war schon lange... Ich werde auch beschossen. Ich sehe dich leider nicht. Ich gucke dir mal zu. Oh man, Inry ist es. Inry ist der Wichser. Inry? Jetzt bist du aber rassistisch. Nur weil du wieder... Oh! Gegen Inder bist. Inry heißt der. Was ist dein Problem? Ja, das ist halt ein typischer indischer Name. Sorry. Können wir doch mitschatten? Nee, ne? Ich weiß, dass... Ich bin mir nicht mal sicher, wie die Chatfunktion funktioniert. Ja, das war ernsthaft Indy. Das war nicht sie. Ja, das stimmt. Scheiße. No penalty, wenn ich... Vor allem ich, Idiot, hab den wieder aufgehoben, ne? Take that bitch! Da ist ein Böser gewesen. Schieß! Abgefahren! Teste! Eigentlich können wir lieben, oder? Wir kommen doch nicht mehr zurück. Was glaubst du? Wir wollen ja wissen, wie es ausgeht, oder? Ja, oder wir starten ganz schnell ein Neues. Glaubst du, das geht? Ja, klar. Scheiß auf Penalty, wir haben eh... Okay, wir probierens. Muss ich wieder einladen. Habe ich eingeladen. Hast du eingeladen, sehr schön. Nehme ich Einladung an. Starte ich Spiel. Sechs von sechs gefunden. Wenn wir wieder ins gleiche Spiel kommen. Gehen ins gleiche rein. Zumindest sie jetzt nicht dabei. Ah, da steht der Unterschied. Okay. Pull lever to delay innocent progression. Achso, man kann die deaktivieren, diese Dinger. Alles klar. Ich spiel wieder den Alex. Ich find, die Auswahl von den Leuten könnte schneller gehen. Ja. Also das dauert mir ein bisschen zu lang. Ja, aber es geht darum, dass du vielleicht später irgendwie die Perks so bearbeitest. Ich glaub, du schaltest die einfach so frei. Hi. Ich glaub, du schaltest die einfach alle einfach einmal frei. Du musst nicht irgendwie welche spezielle an- und ausmachen oder so. Denke ich jetzt mal. Okay. Vier Sekunden noch. Sprichst du eigentlich über den Voice-Chat mit deinem Stand-Mikro oder mit deinem Mikro am Kopf? Hey, das... Welches Mikro am Kopf? Hast du kein Headset auf? Nee. Okay. Weil bei mir geht's, glaub ich, nur über das Headset. Das Reden. Where am I? Ich könnte sein, dass es das Logitech-Kamera-Mikrofon nimmt. Das könnte sein. Oh, was haben wir denn hier schön? Ähm. Stellst du dich mal auf das Pad? Ich will haben, was da drunter ist. Oh, hier ist ne... Geile... Wer ist denn... Ich weiß nicht, wo das Pad ist. Antidot. Zum Rätsel, oder was? Ach so, man kann die so aktivieren oder deaktivieren. Alles klar. Hallo, kann... Boah, Alter, der ist neben's Pad gelaufen. Ich glaub, das ist das Monster. Man kann auch irgendwie... Äh... ... nur schlagen. Wie geht ein Schlagen? Weiß ich nicht. Müsste man in der Steuerung nachgucken. Bin mir selbst nicht sicher. Ah, ich weiß es. F. Ach, macht Sinn. Jetzt hätte ich das Monster voll messern können. Das war nicht so gut wie tot. Wo bist du ja? Bist du ja wieder Foxy, wie heißt die nochmal bei Austin Powers? Ne, ne, bin ich Foxy Love. Foxy Love, genau. Ich glaub, ich weiß, wer es ist. Du bist's. Wahrscheinlich. Ja, dann würde ich nicht sagen, ich weiß, wer es ist. Wie kann man denn die Lever aktivieren? Manche kann ich, manche kann ich nicht aktivieren. Oh, Licht ist aus. Okay, irgendwer ballert schon rum. Oh, Munition gefunden. Are you okay? Keiner redet. Keine Antwort. Open's in 12 seconds, alles klar. Ich hab halt auch noch nie eine Spreuzung. Wir hatten erst recht geschossen. Ich weiß nicht, wohin hat irgendwer geschossen. Jetzt gerade oder meinst du ganz am Anfang? Alter, der hat sich einfach mal erschossen. Ist der bescheuer? Oh my God. Blue. Blue infected. Wow. Alter, jetzt bohr ich natürlich irgendwo, wo ich keine Überlebenschance hab, ne? Warum? Ach so, es ist gerade schon wieder Gift Time. Blue Shooting Survivor. Gift Time, ja. Lolo, das Spiel ist schon wieder bei mir abgestürzt. Was soll das? nerviges spiel hör auf damit ich kann jetzt nicht mehr rein okay ich hab das scheiß inspektor-kit okay ich komme nicht mehr rein glaube ich oder kann ich nachscheinen vielleicht zu spiel einladen zuschauen spiel beitreten geht nicht ich reche mich jetzt einfach mal ich war übrigens monster der andere war irgendwas mit n fuck der hat mich gekillt scheiße der hat ein besseres aim gut dann sag ich jetzt von mir aus tschüss liebe leute es macht ja keinen sinn jetzt hier im menü rum zu hängen während jan ein bisschen rumschreit kann das hier mal wieder rein machen wie gesagt ich brauche das meiner meinung nach nämlich zum quatschen für ingame sowas wie voice chat funktioniert irgendwie immer nur darüber danke fürs zuschauen mal gucken ob es noch eine folge gibt vielleicht wie gesagt dann mal in einem kompletten team tschüssi ich bin raus